hallo und herzlich willkommen zum neuen video wie ihr schon seht wir müssen auch heute das türchen öffnen vom adventskalender und wir machen hier leg mal los beim ersten penny adventskalender kommt eine sternschnuppe zum vorschein beim zweiten penny adventskalender kommt jetzt was ja richtig gesehen es ist der mond hier beim adventskalender den es ja sowohl im penny als auch im aldi gab kommt jetzt was also es ist schlecht zu erkennen aber es ist eine lokomotive weiter geht es bei dem kaufler und adventskalender moment ja man erkennt es ist ein schaukelpferd so weit im heute adventskalender dass man mal ein bisschen länger warten was kommt falls es nicht so sichtbar ist es ist jedenfalls ein schneemann so hier beim aldi adventskalender müsste jetzt theoretisch die lokomotive auch kommen aber wir schauen mal also es ist jetzt so es ist tatsächlich die lokomotive und damit sage ich mal bitte das video lasst ein abo da wir sehen uns dann morgen morgen ist ja bekanntermaßen der nikolos tag